Für einen schönen Augen- und Sonnesfaltenbereich ist es wichtig, dass du in der Lage bist, deine Augen weit zu öffnen, ohne dass dabei gleichzeitig die Augenbrauen in die Höhe fliegen. Das üben wir heute, indem wir die Zeigefinger ganz sanft auf die Augenbrauen legen und die Augen ganz weit öffnen. Diese Übung ist wichtig, um Verklebungen in diesem Bereich aufzulösen, die uns dazu führen, dass der ganze Bereich um die Augen herum, um die Sonnesfalten herum verkniffen und verspannt ist. Wir entspannen und zwinkern ein paar Mal und versuchen nun die Augen weit zu öffnen und bleib mit deiner Achtsamkeit bei den Augenbrauen, da oben bleibt alles ganz ruhig. Das ist eine ganz einfache, aber wirkungsvolle Übung. Für mehr Tipps abonniere meinen Kanal. Abonniere meinen Kanal Vielen Dank.